Herzlich willkommen zum 268. Sunday Morning. So cool, dass du eingeschaltet hast und heute mit uns diesen Sunday Morning über Livestream mitfeiern wirst. Heute wird es um das Thema Einsamkeit gehen. Wir sind gerade mitten in der Lehrserie von Mental Health and Happiness. Heute wird der zweite Vortrag sein von der Biene, Thema Einsamkeit. Mein Name ist Kilian. Ich bin Vollzeitmissionar hier im Home, bin im Bereich von der Home Church und bin seit insgesamt schon vier Jahren hier auf der Base im Home mit dabei als Missionar. In wenigen Minuten wird es hier losgehen mit dem Sunday Morning. Wir sind gerade hier noch in der Pre-Moderation, wo ich dich einfach kurz abholen möchte, kurz Infos geben möchte, was so bei uns die ganze Woche überhaupt gelaufen ist. Ihr seht es vielleicht schon ein bisschen so im Raum. Einige Leute reden hier im Hintergrund. Das liegt daran, weil wir einfach ab 10 Uhr unsere Türen öffnen beim Sunday Morning und die Leute einladen, herzukommen, einladen, Kaffee zu trinken, sich ein Brioche zu nehmen, einfach zu connecten und einfach ein bisschen Gemeinde und Gemeinschaft leben. Passend zum heutigen Thema Einsamkeit beim Sunday Morning möchte ich auch auf folgendes Angebot hinweisen. Wir haben von der Home Church ein kostenloses Coaching, was wir jedem zur Verfügung stellen. Es wird so ablaufen, du kannst einfach auf die Homepage schauen, home-church.tv. Dort findest du alle Infos zum Coaching. Das ist ein kostenloses Coaching, das wir einfach euch bereitstellen wollen, euch zur Verfügung stellen wollen. Und wenn du merkst, es gibt einfach Themen in deinem Leben, da kommst du nicht weiter, da brauchst du Hilfe, vielleicht professionelle Hilfe, dann zögere nicht, schau auf die Homepage. Wir haben drei super ausgebildete Coaches, kontaktiere diese und mach die Termine mit ihnen aus und sie werden dich einfach an der Hand nehmen und einen Step mit dir weitergehen. Und falls du dich fragst, was wir einfach sonst noch so die Woche machen, ich berichte immer so ein bisschen in die Woche rückblickend oder vorausblickend, was so passiert ist. Und wir hatten diese Woche ein Camp und dazu würde ich kurz den Johnny zu mir an die Seite holen und ich werde einfach kurz berichten, was so diese Woche passiert ist und was genau das für ein Camp ist. Genau, also das Homesong Summer Camp ist ein unglaublich genialer, kreativer Pool. Wir haben uns eine Woche getroffen mit zwölf sehr kreativen Leuten, Songwritern, die haben teilweise auch schon ihre Songs mit im Gepäck gehabt. Ein genialer Mix, also ganz verschiedene Stile und was halt auch noch genial ist hier beim Homesong Summer Camp, dass wir auch jüngerschaftliche Prozesse mit einfließen lassen. Also es gab da noch super Impulse zum Thema Identität, Selbstannahme, Stimme Gottes hören natürlich, also es lässt keinen Künstler kalt, gerade natürlich auch christliche Künstler, dass du einfach auch weißt, worum geht es, wie kann ich mit Gott connected meine Kunst leben. Es war genial, weil es wirklich eine Woche pure Kreativität war, zwölf kreative Köpfe, 17 Songs sind entstanden und Freitag wurden die präsentiert und da sind schon richtige Knüller dabei. Also meiner Meinung nach auch schon Demos, mit denen man zu Produzenten kommen kann zum Beispiel auch und ist für mich als Musiker auch sehr inspirierend und das war ein cooler Kick-Off, geht sicher in der Richtung weiter. Wird man die sich irgendwo anhören können, die Songs? Gibt es die irgendwo auf Spotify? Das hoffe ich doch, also an dem wird eigentlich, glaube ich, schon gearbeitet, weil die Künstler sehr, ja, auch dahinter sind, damit weiterzukommen und sehr kreativ. Cool, danke lieber Johnny. Ich war am Freitag auch mit dabei auf dieser Abschlussgala und durfte auch mit reinhören in diese verschiedenen Songs und sie sind wirklich richtig genial, diese Songs. Also hoffentlich wird es irgendwie zum Nachhinein geben und wenn du Interesse hast an diesem, es wird es nächstes Jahr ziemlich sicher wiedergeben, dieses einwöchige Home-Church-Sommer-Camp, Home-Song-Sommer-Camp, dann reserviere ich am besten jetzt schon einfach die Zeit dafür. Ansonsten, wenn du einfach unsere Angebote unterstützen möchtest, wenn du Teil quasi auch von dieser großen Community sein willst, schau auf unsere Homepage. Dort gibt es Angebote, wo du uns unterstützen kannst. Wir suchen aktuell 300 Partner, die uns auf 12 Monate mit 50 Euro unterstützen. Wenn dich das anspricht, schau auf unsere Homepage, schau vorbei und wir werden uns auf deine Mail melden und dir alle weiteren Infos zukommen lassen. Genau, jetzt hinter mir wird gleich der Trailer eingespielt werden vom Sunday Morning und ich darf mich hiermit verabschieden und wünsche dir einen schönen Sunday Morning und einen schönen Sonntag. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 3, 4. Einen wunderschönen Sunday Morning, Sonntagmorgen. Herzlich willkommen bei uns in der Home-Church. Ich freue mich total, dass du heute mit dabei bist und ein Special Welcome geht auch an alle, die online via Stream, TV oder Radio mit uns verbunden sind. Und in diesem Sinne sende ich ganz liebe Grüße nach Kroatien, denn Patrick, Dagmar, Steffi, Mike, Berner und so weiter sind alle in Urlaub und schauen uns jetzt zu. Habt so gute Zeit, ihr Lieben. Genau, wie schaut so ein Sunday Morning bei uns aus, also für alle, die heute vielleicht zum ersten Mal da sind und ich weiß, im Sommer haben wir immer wieder einige Gäste. Unser Sunday Morning läuft so ab, dass wir gleich mit Worship, mit Lobpreis starten. Dann geht es weiter mit der Message der Woche, die kommt heute von unserer lieben Biene. Wir sind gerade mitten in unserer Serie Mental Health and Happiness und heute bei Teil 3 und es geht um das Thema Einsamkeit. So ein wichtiges, für manche sehr herausforderndes Thema und ich freue mich total, dass wir das heute mit dir, liebe Biene, anpacken. Genau, dann feiern wir den Wortgottesdienst und die Eucharistiefeier. Nach dem Worship startet unsere Kinderkirche, Babylounge ist jederzeit offen und auch unser Programm für die 12- bis 14-Jährigen, das heißt ELIC, das heißt Entrepreneurship und Leadership for the Young Generation. Und es startet, wie gesagt, auch nach dem Worship. Genau, somit wäre es das und ich freue mich, dass wir jetzt gemeinsam in den Lobpreis starten. Was ist Lobpreis? Lobpreis ist gesungenes Gebet und Worship ist das, wo du so vor Gott kommst, wie du jetzt gerade da bist. Du musst dich nicht verstellen, du musst nicht irgendwie was Besonderes machen. Wenn du willst, dann steh auf, versuch wirklich mit Dankbarkeit vor Gott zu treten. Vielleicht machst du dir auch bewusst, worüber du dankbar bist, ist für mich immer große Hilfe, weil ich weiß, dass Gott mir tagtäglich so viele Dinge schenkt und dafür möchte ich ihm heute die Ehre geben. Genau, also wenn du willst, steh auf und bete mit mir mit. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen wunderschönen Sonntag, danke dir für das herrliche Wetter, auch wenn es viel vielleicht schon zu heiß ist, aber danke, dass du uns auch mit schönen Wetter segnest. Nämlich ganz besonders beten, Jesus, auch in diesem Zug, dass du da bist, dass du hilfst für jene, die echt unter der Hitze leiden, wo Brände sind, wo Menschen auch schon durch das Feuer gestorben sind, Menschen, die ihr Zuhause verlieren. Jesus, ich bete mich, dass du kommst und dass du eingreifst. Und eben gleichzeitig danke dir, dass wir es so schön haben hier bei uns in Salzburg. Wow, an welchem Ort dürfen wir leben? Was hast du uns alles zur Verfügung gestellt, Jesus? Ich möchte beten, dass uns das immer mehr bewusst wird, mit was du uns tagtäglich segnest. Danke, Jesus, für deine Liebe, für deine Treue, an das du es bist. Du bist der Grund, warum wir alle heute hier sind. Du bist der Grund, der uns alle verbindet, jeden Einzelnen hier in diesem Raum. Komm, Jesus, komm, Heiliger Geist, dann wirke du. Du bist der Grund, warum, Heiliger Geist, dann wirke du. Du bist der Grund, warum, Heiliger Geist. Du bist der Grund, warum, Heiliger Geist, dann wirke du. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jesus 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 We want you, come and consume God all we are. We give you permission, our hearts are yours. We want you, we want you, so come, come and consume God all we are. We give you permission, our hearts are yours. We want you, we want you. Oh, 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 oh. Wenn Jesus wiederkommt. Wenn Jesus wiederkommt, beugt sich alle Welt vor ihm. Wenn Jesus wiederkommt, wenn Jesus wiederkommt. Wenn Jesus wiederkommt, beugt sich alle Welt. Wenn Jesus wiederkommt. 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 We want more, we want more, we want more, we want more, more of you, God, set a fire. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God, I want more of you, God, set a fire down in my soul. That I can't contain, that I can't control. I want more of you, God, I want more of you, God. Jesus, wir wollen mehr von dir in unserem Leben. Jesus, wir brauchen dich in unserem Leben. Jesus, mein Gebet ist, wirke du, wirke du unter uns auch Wunder. Jesus, wir sehnen uns danach. Wir wollen mehr von dir, mehr von dir, Jesus. Mehr von deiner Liebe, mehr von deiner Größe, mehr von deiner Macht. Mehr von dir, Jesus. Amen. Bitte nehmt Platz, macht es euch gemütlich, außer die Kids. Also für alle Kinder ab drei Jahren geht es jetzt mit dem Kili und mit der Andrea in die Kinderkirche, einen Stock tiefer. Alle Babys, 0 bis 3 ist, wie gesagt, oben die Babylounge bereitet. Und für alle 12 bis 16-Jährigen wartet der Benni und die Tanja auf das ELEG-Team oder ELEG-Programm. Genau, für euch geht es runter in die Tonbuchhandlung. Zwei kurze Ansagen. Vielleicht geht es dir manchmal so, dass du beruflich oder privat in verschiedenen Dingen, Themen, wie vielleicht Träume, Visionen, Talente, Beziehungen, wie auch immer, anstehst. Und du denkst, eigentlich weiß ich gerade nicht mehr weiter. Eigentlich würde ich jetzt Hilfe brauchen. Es ist gar nicht so einfach, Entscheidungen zu treffen. Für diesen Fall haben wir als Homechurch uns ein sehr cooles Programm überlegt. Und zwar ist das das Homechurch Coaching. Und wir als Homechurch plus unsere Coaches, unter anderem der Sammy, ich glaube, er sitzt irgendwo, haben wir uns überlegt, dass wir dir kostenlos vier Einheiten zur Verfügung stellen. Das ist ein Grundlagengespräch und drei Einheiten im Coaching. Also Coaching ist nicht Seelsorge oder Therapie, sondern Coaching begleitet dich auf Fragen, wo du vielleicht selber nicht mehr weiterkommst. Und ich ermutige dich, nimm dieses Angebot gerne in Anspruch. Es wird dich auf jeden Fall weiterbringen in deinem Leben. Was musst du tun? Einfach auf unsere Homepage gehen, home-church.tv. Dort findest du alles. Du schreibst dir E-Mail. Unsere Coaches werden sich bei dir melden und schon geht es los. Es ist möglich, live vor Ort, aber auch online. Genau. Und wenn auch du in andere investieren möchtest, du unsere Arbeit gut findest, vielleicht auch ein Stück weit Heimat bei uns in der Homechurch gefunden hast, dann bitte dich, dass du auch in uns und so wiederum in andere investierst. Wie kann das ausschauen? Wir suchen immer wieder Leute, die bereit sind, im Monat 50 Euro an die Homechurch zu spenden, dass sie es rausbringen. Das für ein Jahr lang, weil mit diesem Geld können wir großartige Dinge machen, eben wie das Homechurch-Coaching, wie den Sunday-Morning, wie diverse Kurse, Kleingruppen. Alles, was halt auch mit Kosten und Aufwänden verbunden ist. Für uns ist immer ganz wichtig, dass wir das frei alles anbieten, dass jeder Mensch zu allen Programmen kommen kann, dass das grundsätzlich nichts kostet. Aber ich weiß, dass im Hintergrund viele Menschen stehen, die dafür eben bezahlen. Und wenn das dir am Herzen liegt, dann freuen wir uns total, wenn du uns unterstützt in unserer Arbeit. Auch hier findest du alle Infos auf unserer Homepage. Danke sehr. So, jetzt darf ich das Wort an die Biene übergeben. Biene, ich freue mich über deinen Input, über deine Message der Woche zum Thema Einsamkeit. Ja, vielen Dank, liebe Lisa. Einsamkeit, das ist tatsächlich kein leichtes Thema für uns alle nicht. Und jeder ist davon mehr oder weniger betroffen. Es gibt einen Mann, der ist schon seit über 30 Jahren krank. Und er liegt irgendwo in einer Halle mit ganz vielen anderen Kranken. Und in dieser Nähe von diesem Mann und in dieser Nähe von diesen Hallen, da gibt es einen kleinen Teich. Und immer wenn dort das Wasser aufwallt, man weiß immer nie so genau, wann das eigentlich ist, dann wird derjenige, der dort als erstes reinsteigt, der wird gesund. Und dieser Mann hat das oft probiert und ist oft dorthin gegangen, so in seinen letzten Kräften. Und jedes Mal, wenn er dann dort war, ist noch jemand schneller gewesen als er. Und so liegt er seit 38 Jahren dort und kann nicht gesund werden. Und dann kommt Jesus zu ihm und er fragt ihn, willst du gesund werden? Und die erstaunliche Antwort des Mannes heißt nicht, ja oder nein, sondern ich habe keinen Menschen. Der mich dorthin bringt. Ich habe keinen Menschen. Wie viele Menschen kennst du in deinem Umfeld, die sagen, ich habe doch niemanden. Wen habe ich denn noch? Seit ungefähr zweieinhalb Jahren haben wir jetzt eine Corona-Pandemie. Und seit ungefähr, ich weiß nicht, seit Jahrzehnten haben wir eine Einsamkeits-Pandemie. Und das in unserer sogenannten Kommunikationsgesellschaft, wo alles möglich ist. Kommunizieren können noch und nöcher. Und wenn man sich Statistiken anschaut, 2013, da lag der Prozentanteil von den Leuten, die an einer Umfrage teilgenommen haben, das waren ungefähr 16.000, der lag bei 13,7 Prozent im Alter ab 25 Jahren, wo Menschen gesagt haben, ich fühle mich einsam. Und ich habe auch eine Statistik gesehen von Österreich aus dem Jahr 2020, wo immer wieder über Monate hinweg die Leute gefragt wurden. Und dort liegt der Durchschnitt bei 11,9 Prozent der Menschen, die sich oft in der Woche, jeden Tag oder eigentlich immer einsam fühlen. Das sind viele Menschen, das sind viele Menschen. Und dass Einsamkeit genauso tödlich sein kann, wie eine Packung Zigaretten am Tag, dass es mit Schlaganfall, Herzproblemen, Dauerstress und so weiter einhergehen kann, das liest man inzwischen überall im Internet, kann man das finden, wenn man da nachschaut. Dass Einsamkeit wirklich ein gesundheitliches Problem ist, das ist irgendwie eine Krankheit, die sich in diese Gesellschaft hineinfrisst. Und die Frage ist, warum ist eigentlich Einsamkeit so dramatisch für uns Menschen? Und die Antwort lautet, weil wir Menschen auf Gemeinschaft hin ausgerichtet sind. Wir sind Wesen, die füreinander, die miteinander da sind und nicht irgendwie gegeneinander. Oder alleine, wir Menschen, wir sind so konzipiert, dass wir auf Gemeinschaft ausgerichtet sind. Und Einsamkeit heißt natürlich nicht einfach nur das Nicht-Dasein von Menschen. Und genauso ist, wenn Menschen da sind, ist das kein Garant dafür, dass man nicht einsam ist. Einsamkeit ist etwas, was viel tiefer geht. Und jeder von uns Menschen kennt dieses Gefühl, das gehört zu uns Menschen irgendwie dazu. Und es wird nie so sein, dass deine Einsamkeit irgendwie komplett aufgefüllt oder erfüllt werden kann mit etwas anderem, solange du auf dieser Erde bist. Und natürlich gibt es Menschen, die sind mehr oder weniger davon betroffen. Aber alle kennen dieses Gefühl. Und es gibt eigentlich nur einen, der sie wirklich füllen wird. Und das ist der Herr, das ist Gott, der sie wirklich auffüllen kann. Aber auch das wird in diesem Leben auf dieser Erde nie vollkommen sein, sondern erst, wenn wir bei ihm sind. Ich möchte mich mit euch ein bisschen auf diese Suche machen, was ist denn Einsamkeit eigentlich im Tiefsten? Und ich bin auf vier Dinge gekommen, die Einsamkeit wirklich ausmacht. Und das Erste ist einfach Lehre. Ist einfach eine Lehre. Und zwar steckt in dieser Lehre ganz oft die Frage nach dem Sinn dahinter. Jesus kennt übrigens Lehre auch. Er hat gesagt, dann wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt. Er war 40 Tage lang in der Wüste. Und natürlich ist dort irgendwann eine Lehre da. Was mache ich denn die ganze Zeit in der Wüste? Dass dort aber gar nicht so wenig los ist, das werden wir gleich noch sehen. Lehre kann entstehen, wenn du in ein Loch fällst. Stell dir vor, du warst irgendwie auf einem coolen Ausflug mit Freunden. Keine Ahnung, ihr habt Rinder geklaut oder ich glaube, das heißt Pferde gestohlen oder irgendwie so. Genau, ihr habt coole Sachen erlebt und dann kommst du zurück in deine Wohnung und plötzlich bist du ganz alleine. Und du denkst dir, und was mache ich denn jetzt? Plötzlich ist da was leer, ist da ein Loch drin. Kennst du das schon mal erlebt? Ich kenne das sehr gut aus meinem Leben. Oder auch, wo Leere auch passieren kann, ist wenn du, das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber auch wenn du extrem busy bist, wenn du wahnsinnig viel zu tun hast in deinem Leben, du bist ständig unterwegs, hast ständig zu tun, du arbeitest 50 Stunden in der Woche und plötzlich merkst du und kommst nach Hause und denkst dir, ich fühle mich eigentlich nur leer, obwohl du ständig unter Menschen bist, obwohl du ständig was zu tun hast. Aber dieses Tun, das erfüllt dich nicht. Ein zweiter Punkt, der mit der Einsamkeit extrem zusammenhängt, und das ist schon ein sehr großer Knackpunkt auch, den die Einsamkeit ausmacht, das ist Heimatlosigkeit. Auch Jesus kennt Heimatlosigkeit. Jesus sagt an einer Stelle, die Füchse haben ihre Höhlen und die Vögel des Himmels Nester. Der Menschensohn aber hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Es gibt immer mal wieder so YouTube-Videos und da muss ich jedes Mal fast anfangen zu weinen. Da ist ein Mädel und die kriegt von ihren Eltern, kriegt sie ein Geschenk. Und sie packt dieses Geschenk aus und dann fragt sie, ja was ist denn da drin? Und die Eltern sagen, ja pack das Geschenk aus. Und in diesem Geschenk ist noch ein Geschenk drin und dann wieder eins. Und es wird immer kleiner und irgendwann kommt ein Briefumschlag. Und dann macht sie diesen Briefumschlag auf und dann liest sie kurz, was da drin steht und fragt ganz ungläubig, I'm going to be a daughter? Werde ich jetzt eine Tochter? Ihre Eltern haben sie adoptiert, also nicht ihre eigenen, sondern die zwei, wo sie schon so lange ist. Und sie wird plötzlich zum Teil dieser Familie, sie ist plötzlich nicht mehr heimatlos. Sie hat plötzlich eine Identität. Es hat ganz viel mit Zugehörigkeit und Identität zu tun. Und es geht nicht einfach nur um einen Ort. Es kann sein, dass du heimatlos irgendwo entwurzelt bist. Wie viele müssen jetzt fliehen aus der Ukraine und werden irgendwie entwurzelt. Aber die Heimatlosigkeit hat damit zu tun, dass du ein Zuhause hast. Und zwar nicht nur ein äußeres, sondern auch ein inneres. Ein dritter Aspekt von Einsamkeit ist Verlassenheit. Viele Menschen, die einsam sind, die fühlen sich einfach komplett verlassen. Jesus am Kreuz, wir kennen das alle. Eli, Eli, Lema, Sabachthani. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da geht es ganz viel um irgendwie einen Liebesentzug, um irgendwie Zuwendungsentzug, um irgendwas, was plötzlich nicht mehr da ist, was einen aber eigentlich total erfüllt oder erfüllen sollte. Ich möchte dir eine Geschichte aus meinem Leben erzählen. Ich war, als ich Jugendliche war, war ich auf einer Jugendfreizeit mit unserer Gemeinde unterwegs. Das war Winterurlaub, wir waren in der Slowakei. Und es war so, dass ich dort irgendwie, habe ich gemerkt, ich fühle mich irgendwie nicht wohl. Ich durfte irgendwie nicht in das Zimmer von den Leuten, mit denen ich eigentlich in einer Gemeinde war. Da war irgendwie für mich kein Platz. Und ich war dann in einem anderen Zimmer und irgendwie hatte ich den Eindruck, irgendwie hat keiner Bock, irgendwas mit mir zu tun zu haben auf dieser Fahrt. Das war furchtbar. Und viele haben mich einfach ignoriert, haben mich irgendwie links liegen lassen. Und dann habe ich gedacht, ja okay, ich spiele einfach vielleicht ein bisschen Gitarre. Ich setze mich jetzt da einfach hoch. Das war so ein zweistöckiges Haus, was wir für uns hatten. Also nicht so groß, aber mit ein paar Räumen und so. Und dann habe ich mich da hingesetzt auf dem Flur und dann habe ich Gitarre gespielt. Und plötzlich ging die Tür vom Nebenzimmer auf und jemand hat ein paar Münzen rausgeschmissen und hat gesagt, hier, hat die Tür zugemacht und schallendes Gelächter. Ich habe aufgehört, natürlich Gitarre zu spielen. Und ich habe mich abends auf diese Treppe, die da nach oben führte, hingesetzt. Und ich habe einfach nur gehofft, dass mal jemand kommt. Es ist keiner gekommen. Ich habe mich in meinem Leben nie wieder so auf die Schule gefreut. So traurig das klingt. Oder so lustig das klingt. Aber in dem Moment war es tatsächlich traurig. Also Verlassenheit. Verlassenheit kann viele Möglichkeiten, viele Gründe haben. Es kann Mobbing sein. Es kann irgendwie der Tod von einem Partner sein oder der Wegzug selbst von den eigenen Kindern, warum man sich plötzlich dann einsam oder verlassen irgendwie fühlt. Ein vierter Aspekt, der zu diesem Thema Einsamkeit dazugehört, das ist letztendlich eine fehlende Verbundenheit beziehungsweise irgendwie eine Beziehungslosigkeit. Und das ist die Frage nach einer emotionalen, aber auch körperlichen Nähe und Distanz. Und dieses ganze Thema kreist das. Und auch dort gibt es eine Stelle, die mich daran erinnert hat, genau an diesen Punkt, wo Jesus voller Traurigkeit sagt, wie oft wollte ich deine Kinder sammeln, so wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel nimmt, aber ihr habt nicht gewollt. Da geht es genauso um Beziehungslosigkeit, um irgendwie auch Defizite in diesem Ganzen drinnen. Und es kann sein, dass du emotionale Verwahrlosung erlebt hast als Kind. Es gibt nicht nur eine materielle Verwahrlosung, sondern es gibt auch eine emotionale Verwahrlosung. Und das hat ganz oft seinen Ursprung, seine Wurzel in der Kindheit. Es gibt einen Mann, den ich mal getroffen habe. Und der hat ein Beispiel erzählt. Der hat gesagt, du, ich habe da eine Frau mal kennengelernt. Das ist voll die gläubige Frau. Und voll fromm und die betet ganz viel und so. Und trotzdem habe ich immer das Gefühl, die ist irgendwie voll verbittert. Und ich habe immer den Eindruck, das, was diese Frau einfach mal braucht, ist eine Umarmung. Ist einfach mal eine Umarmung. Weil sie einfach alleine lebt. Weil sie scheinbar niemanden hat. Man könnte nun fragen, okay, was passiert eigentlich in dieser ganzen Einsamkeit? Was passiert in der Einsamkeit? Da ist ja eigentlich nichts los. Das glaubst du, dass dort nichts los ist. Denn die Einsamkeit ist eigentlich der Ort, wo der geistige Kampf nur so tobt. In der Einsamkeit werden die Samen gesät von allen möglichen Lügen, die dir selbst erzählt. Und es gibt drei Lügen, die sehr, sehr verbreitet sind und wo ich glaube, dass das eigentlich die Kernlügen sind, wo ganz viele andere Lügen im Kern genau das sind. Und das sind drei Sätze. Und dieser erste Satz heißt, ich bin nicht genug. Der zweite Satz heißt, ich bin nicht gut genug. Und der dritte Satz heißt, ich bin nicht wertvoll. Und diese ganzen Lügen, wenn man wirklich einsam ist und wenn man ständig dort drin ist und immer wieder das Gefühl hat, wo gehöre ich dazu, wo gehöre ich hin? Wenn, wen habe ich eigentlich, dann, 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 ja, dann kehrbt sich das so in unser Denken ein, dass man das irgendwann selber glaubt. Und dieser Baum, der da zu sehen ist, also es ist so ein Wüstenbaum, der eigentlich keine Früchte hat, der einfach nur ganz, ganz, ja, ganz kahl dasteht, der wird irgendwie immer größer. Der wird immer größer. Und deswegen ist Einsamkeit auch so gefährlich. Deswegen ist Einsamkeit so gefährlich. Weil man irgendwann das glaubt, was eigentlich nicht wahr ist und was nicht die Wahrheit ist. Einsame Menschen sind eigentlich nicht unbedingt kontaktlos, muss man nochmal dazu sagen. Es gibt viele Menschen, die haben ganz viele Kontakte nach außen, die gehen arbeiten, die machen alles Mögliche in ihrer Arbeit. Und trotzdem sind sie einsam und trotzdem fühlen sie sich nicht geliebt und trotzdem fühlen sie sich nirgendwo wohl. Ich glaube, dass ganz viele Menschen von diesen Menschen etwas erlebt haben in ihrer Kindheit, was ihr ganzes Leben geprägt hat. Irgendwie eine emotionale Verwahrlosung, wie ich schon gesagt habe. Aber das können auch andere Dinge passiert sein. Das können Zurückweisungen in der Kindheit und in der Jugend gewesen sein von Eltern, von Verwandten, auch von Freunden. Traumata, wo sie Erfahrungen gemacht haben, die sie so stark geprägt haben, dass sie auch irgendwann gar keinen Mut mehr hatten, sich auf was anderes einzulassen. Und warum, das ist diese große Frage, warum kommen den Menschen aus ihrer Einsamkeit nicht heraus? Und ich glaube, es liegt daran, dass manche eben wirklich so entmutigt sind, weil sie ständig wieder die gleichen Erfahrungen machen. Die kommen irgendwo hin und sofort werden sie irgendwie wieder abgelehnt. Andere Menschen sind krank davon geworden. Wieder andere haben sich mit ihrer Situation abgefunden und sagen, ja okay, also eigentlich will ich gar nichts mehr anderes. Weil das Selbstmitleid und diese Lügen, die sind schon so zum weichen Kissen geworden, dass sie sich da drin ausruhen. Dann gibt es wieder andere Menschen, die sagen, na, vielleicht ist das sogar viel besser. Vielleicht bin ich einfach dazu bestimmt, alleine zu sein. Und vielleicht bin ich einfach dazu bestimmt, alleine und einsam zu sein. Weil wenigstens werde ich dann nicht verletzt, wenn ich nicht unter Menschen bin. Dann bin ich wenigstens für mich. Dann passiert mir wenigstens nichts. Manche Menschen können oder wollen sich auch keine Hilfe holen, weil sie denken, das bringt sowieso nichts mehr. Das ist das, was in einsamen Menschen passiert. Und manche haben auch nie gelernt, irgendwie auch zu schauen, wer bin ich eigentlich oder zu ergründen, wer bin ich, warum bin ich so, was ist dort passiert und wie kann ich vielleicht mich selber, meinen Charakter ändern, mein Verhalten ändern. Manche haben das nicht gelernt. Und dann ist es auch sehr schwer für solche Menschen. Wenn du einsam bist, möchte ich dir jetzt sagen, möchte ich dir ein paar Dinge mitgeben, was du tun kannst. Und zwar, was kannst du machen, wenn du selber betroffen bist von Einsamkeit? Und da möchte ich dich jetzt auch ein bisschen herausfordern, wenn du davon betroffen bist. Das eine ist, spür mal deine Einsamkeit, spür mal diese Einsamkeit. Was ist da eigentlich gerade? Warum fühlst du dich gerade einsam? Was fehlt dir? Was brauchst du? Was wünschst du dir? Wenn du das nicht weißt, wenn du immer nur sagst, ich bin einsam. Aber die Frage ist, ja, okay, es gibt viele Arten von Einsamkeit. Was ist das, was du brauchst? Weil Menschen ist nicht immer die Lösung von deiner Einsamkeit, dass du die wegbekommst, sozusagen. Es sind nicht immer Menschen nur, die deine Einsamkeit auflösen können. Es kann sein, dass du was ganz anderes gerade brauchst. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, ergründe mal deine Einsamkeit. Was steckt da eigentlich dahinter? Weil dann kannst du wissen, auch was du tun kannst. Das zweite ist, natürlich zu Jesus gehen, natürlich. Er kennt die Einsamkeit, wie wir gehört haben. Geh dorthin zu ihm und lass dich von ihm füllen. Bitte dich, bitte ihn, dass er dich füllt. Das ist leichter gesagt als getan. Und trotzdem, er weiß, wovon er spricht, wenn er all das, diese Worte gesagt hat. Er kennt das. Und er versteht dich. Das dritte ist, werde aktiv. Werde aktiv im Sinne von, mach dir eine Liste von Menschen, wo du sagst, dem kann ich jetzt zumindest eine WhatsApp schreiben. Den kann ich vielleicht anrufen, den kann ich fragen, ob wir uns treffen wollen. Eine andere Möglichkeit ist, nimm wahr, was draußen um dich herum ist. Geh in die Natur, nimm mal die Natur wahr, damit du, das ist nicht eine negative Ablenkung, wie YouTube schauen und dir irgendwelche Sachen reinziehen, sondern geh in die Natur und nimm mal alles bewusst wahr, was da ist. Wahrnehmen, Achtsamkeit, so nennt man das. Aber bleib nicht in dieser Einsamkeit drinnen. Ein dritter Punkt ist wieder alle Lüge. Entlarve deine Lügen. Schau mal, was da wirklich drinnen ist. Glaubst du die ganze Zeit, mich mag sowieso keiner? Ich bin nicht wertvoll genug. Die anderen, die gehen mir sowieso alle außen wegen. Die schauen mal, wie die mich alle immer anschauen. Und setz die Wahrheit dahinter. Lass dir von Gott und lass dir von anderen Menschen die Wahrheit zusprechen. Ein weiterer Punkt ist, nimm professionelle Hilfe in Anspruch. Das ist keine Schande, zu einem Psychologen und Psychotherapeuten zu gehen. Das habe ich auch schon gemacht. Das ist einfach Lebenshilfe. Es ist Lebenshilfe. Wir leben in keiner einfachen Zeit und in keiner einfachen Welt. Da gibt es nicht einfach, ja, der Stärkere gewinnt. Es geht nicht so einfach. Und weißt du, es gibt auch einen Grund, warum Menschen sich mit dir schwer tun. Vielleicht. Und deswegen ist es gut auch zu schauen, okay, wer bin ich denn? Hol dir Feedback von Leuten. Lass dir Feedback geben, wie wirke ich auf andere. Was ist an dir anziehen? Was ist irgendwie, was hindert andere Leute mit mir in Kontakt zu treten? Was ist, what's the point? Und trau dich, Dinge zu verändern in dir. Sei geduldig und gib nicht auf so schnell. Das Ganze ist ein Prozess, das dauert lange. Und dann möchte ich noch sagen, wisst ihr, wir sind, es gibt keine einfachen Antworten auf die Einsamkeit. Wir als Gesellschaft, natürlich haben wir irgendwie viel Kommunikation, aber wir wissen genauso eben, dass es so viele einsame Leute gibt. Und mir ist es zu einfach, das einfach dastehen zu lassen, naja, jeder, der einsam ist, der muss das halt irgendwie selber regeln. Ja, genau, wenn das so einfach wäre. Ich glaube, wir sind füreinander geschaffen, wir Menschen. Du bist nicht dafür verantwortlich, dass du dich dein ganzes Leben lang um eine Person kümmerst. Das ist nicht deine Aufgabe. Und du bist auch nicht für das Glück eines anderen Menschen zuständig. Und trotzdem hat uns Gott gegenseitig in diese Welt gestellt und uns gegenseitig gegeben. Und gewisse Verantwortlichkeiten haben wir einfach füreinander. Und deswegen gibt es da auch keine einfachen Antworten drauf. Deswegen hilft es auch nicht, wenn du einem Menschen sagst, ja, Gott ist doch immer da, du bist doch nicht alleine. Ja, genau, weil ich kann ja auch mit Gott einfach reden, überall und genauso wie mit anderen Menschen. Oder wenn dir jemand sagt, ja, such dir doch Freunde. Ja, genau, die sind doch an jeder Straßenecke zu finden. Oder wenn du sagst, ja, geh doch in den Verein oder geh doch unter Leute. Genau, weil ich habe ja überhaupt keine Menschenfurcht und es ist so einfach für mich, Leute anzusprechen. Leute, die wirklich einsame sind, die können das nicht. Das hilft genauso viel, wie wenn du ihnen sagst, bist du einsam und allein, ja, dann sprüh dich mit Kontaktspray ein. Das funktioniert einfach nicht. Das funktioniert einfach nicht. Und was du machen kannst, wenn es anderen Leuten nicht gut geht, das sind einfach vier Punkte. Das eine ist, verbring Zeit mit ihnen. Ja, ich weiß, das ist nicht leicht, immer. Es gibt Menschen, wo es einfach nicht easy ist, mit denen Zeit zu verbringen, weil sie irgendwie komplizierter sind oder anstrengender, wie auch immer. Aber gib ihnen etwas Zeit. Gib ihnen etwas Zeit. Und schenk ihnen deine Aufmerksamkeit. Das zweite ist, ermutige sie. Sprich ihnen zu, was du in ihnen siehst, welches Potenzial du in ihnen siehst. Integration, Freundschaft, Zugehörigkeit. Das ist genau das. Wenn du jemand bist, der zum Beispiel Teams oder Gruppen bilden kann, irgendwie, der das bauen kann, dann nimm solche Leute mit hinein. Nimm solche Leute mit hinein. Integriere sie. Gib ihnen das Gefühl, Freund oder Freundin für die zu sein. Ich glaube, dieses Thema Zuhause ist so ein zentrales, wenn es um dieses Thema Einsamkeit geht. Und schließlich Berührung. Das habe ich vorhin schon gesagt. Berührung ist ein Schlüssel. Berührung, das schüttet einfach so viele positive Hormone in uns aus. Und du kannst dich umarmen, du kannst ihn auf die Schulter klopfen, kannst dich am Arm fassen, wie auch immer. Es gibt viele Möglichkeiten. Ganz zum Schluss möchte ich euch noch ein Bild zeigen, für alle, die das nicht sehen können. Das ist ein Bild mit einer wunderschönen Berglandschaft und Wäldern. Und es spiegelt sich so in einem total klaren und wunderschönen See. Und der ganz still ist. Also Wahnsinn. Und ich möchte noch ganz kurz zum Schluss eine Lanze brechen, für auch die Schönheit der Einsamkeit. Einsamkeit kann auch schön sein. Und zwar aus vielen verschiedenen Gründen. Ein Grund ist zum Beispiel, dass du alle Leute, die dir auf den Keks gehen, mal hinter dir lassen kannst. Und dabei kannst du Keks essen. Das ist super. Aber es ist auch einfach Erholung. Es ist Ruhe. Viele Menschen suchen die Einsamkeit, um wieder Ordnung in ihr Leben zu bringen. Um mal wieder Klarheit zu bekommen, klar denken zu können. Naturliebhaber lieben es, wenn sie eben genau an so einem Ort sind, wo einfach Stille ist in der Natur. Wo kein Auto zu hören ist, nichts zu hören ist. Und sie einfach diese Einsamkeit genießen können. Einsamkeit ist natürlich auch ein Ort der Gottesbegegnung. Natürlich. Gott ist dort gegenwärtig. Jesus war in der Wüste. Und ist dort Gott begegnet. Und wenn du wirklich mal einsam bist und gar nicht weißt, was du tun sollst, dann nutzt die Zeit für die Sachen, wo du jedes Mal sagst, da habe ich aber keine Zeit dazu. Auch dafür sind solche Dinge da. Einsamkeit fordert uns heraus, aber ist gleichzeitig auch etwas Wunderschönes. Und ich will dich und mich ermutigen, dran zu bleiben, wenn du selber einsam bist, dort hinaus zu finden. Und such dir Menschen. Die Menschen sind gut. Nicht nur, aber vor allem gut. Und wenn du jemanden kennst, der einsam ist, dann unterstütze ihn. Und dann gib ihm ein bisschen was von deiner Liebe und von deiner Aufmerksamkeit und von deiner Zeit. Und so möchte ich jetzt noch beten. Jesus, ich möchte danken, dass du ein Gott bist, der mit uns jeden Weg geht, der auch versteht, was es heißt, einsam zu sein, weil er es selber erlebt hat. Ich will dich bitten, Jesus, um deinen Heiligen Geist. Für alle Menschen, die einsam sind, dass du sie dort hinausführst. Dass du sie durch deinen Heiligen Geist neu belebst, ein neues Feuer schenkst, neue Motivationen schenkst. Und mutige Schritte gibst, die sie dort hinausführen. Und ich möchte dich bitten für jeden Einzelnen von uns, Herr, dass wir den Mut haben, wenn wir einsame Menschen sehen, uns auch diesen Menschen anzunehmen und mit ihnen Wege wieder hinein in die Gemeinschaft, in die Kommunikation, in die Beziehung zu gehen. Danke, Jesus, dass du ein Gott der Beziehung bist. Danke, Gott, dass du die Liebe bist. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes seien allezeit mit euch. Wir starten den Teil des Wortgottesdienstes immer mit einer Umkehr. Was ist diese Umkehr? Wir blicken zurück in die vergangenen Tage, vielleicht Wochen, Monate, Jahre. Keine Ahnung, wann du das das letzte Mal gemacht hast. Und wenn es dir hilft, schließ gerne deine Augen, du kannst da gerne Platz nehmen. Und schau zurück, wie gesagt, in diese letzte Zeit. Wo gibt es Dinge, Situationen, Momente in deinem Leben, wo du merkst, oh wow, da war ich echt. Nicht in der Liebe, ich war nicht im Licht Gottes. Ich habe echt Mist gebaut. Gibt es Dinge in deinem Leben, die du bereust? Die du eigentlich gern ungeschehen machen wollen würdest? Heiliger Geist, ich möchte beten, dass du jetzt kommst und dass du aufdeckst. Dass du uns zeigst, wo wir gefehlt haben, wo wir eben nicht in der Liebe Gottes waren. Und wir haben, wenn du es春stern begeht, wo wir nicht in der Liebe Gottes haben. Und wir haben, wenn du du dich nie möchtest, wie gesagt, dass du dich jetzt schon erwartest, Untertitelung des ZDF, 2020 Und Jesus, ich möchte dir um Verzeihung bitten für all jene Momente, für all diese Dinge, für meine Handlungen. Amen. Und diese Freude zu spüren ist, wie du über mich denkst. Und Jesus, dafür wollen wir dir jetzt loben und preisen im Gloria. Alle Ehre Alle Ehre Unser Lob scheitert Und einer Herrlichkeit Mit deinem Namen Wohne hier bei uns O Jesus Ja, du bist die Freude Ja, du bist unser ganzes Glück Lob und Ehre Den Schöpfer aller Welt Himmel und Erde Ja, all ihr Wün und Tiefen singt Halleluja Halleluja Du bist die Freude Ja, du bist unser ganzes Glück Lob und Ehre Den Schöpfer aller Welt Himmel und Erde Himmel und Erde Ja, all ihr Wün und Tiefen singt Halleluja 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 Seiner Herrlichkeit Oh 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 Lasst uns beten Gott, du Beschützer aller, die auf dich hoffen Ohne dich kann nichts gesund und heilig sein in dieser Welt Führe uns allesamt auf den Weg deiner Liebenswürdigkeit, damit wir die irdischen Güter, die du uns schenkst, so gebrauchen können, dass wir das Ewige niemals aus dem Blick verlieren Ich treinige Gott, lobe und preise dich in Zeit und Ewigkeit, Amen Lesung aus dem Buch Genesis In jenen Tagen sprach der Herr zu Abraham Das Klagegeschrei über Sodom und Gomorra Ja, das ist angeschwollen Und ihre Sünde Ja, die ist schwer Ich will hinabsteigen und sehen, ob ihr Verderbliches Tun wirklich dem Klagegeschrei entspricht, das zu mir gedrungen ist oder nicht Ich will es wissen Die Männer wandten sich ab von dort und gingen auf Sodom zu Abraham aber stand noch immer vor dem Herrn Abraham trat näher und sagte Willst du auch den Gerechten mit den Ruchlosen wegraffen? Vielleicht gibt es 50 Gerechte in der Stadt Willst du auch sie wegraffen und nicht doch den Ort vergeben wegen der 50 Gerechten in ihrer Mitte? Fern sei es von dir, so etwas zu tun, den Gerechten zusammen mit dem Frevler töten Dann ginge es ja dem Gerechten wie dem Frevler Das sei fern von dir Sollte der Richter der ganzen Erde nicht Recht üben? Da sprach der Herr Wenn ich in Sodom 50 Gerechte in der Stadt finde, werde ich ihretwegen dem ganzen Ort vergeben Abraham antwortete und sprach Siehe, ich habe es unternommen mit meinem Herrn zu reden, obwohl ich Staub und Asche bin Vielleicht fehlen an den 50 Gerechten 5 Willst du wegen der 5 die ganze Stadt vernichten? Nein, sagte er Ich werde sie nicht vernichten, wenn ich dort 45 finde Er fuhr fort, zu ihm zu reden Vielleicht finden sich dort nur 40 Da sprach er Ich werde es der 40 wegen nicht tun Da sagte er Mein Herr zürne nicht, wenn ich weiterrede Vielleicht finden sich dort nur 30 Er entgegnete Ich werde es nicht tun, wenn ich dort 30 finde Darauf sagte er Siehe, ich habe es unternommen mit meinem Herrn zu reden Vielleicht finden sich dort nur 20 Er antwortete Ich werde es nicht vernichten, um der 20 willen Nochmals sagte er Mein Herr zürne nicht, wenn ich nur noch einmal das Wort ergreif Vielleicht finden sich dort nur 10 Er sprach Ich werde sie nicht vernichten, um der 10 willen Wort des lebendigen Gottes Wir singen Halleluja 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 Der Herr sei mit euch aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. Jesus betete einmal an einem Ort. Als er das Gebet beendet hatte, sagte einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten. Wie du weißt, hat auch Johannes seine Jünger beten gelehrt. Da sagt er zu ihnen, wenn er betet, so sprecht. Vater, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Gib uns täglich das Brot, das wir brauchen. Und erlass uns unsere Sünden. Denn auch wir erlassen jeden, was er uns schuldig ist. Und führe uns nicht in Versuchung. Dann sagt er zu ihnen, wenn einer von euch einen Freund hat und um Mitternacht zu ihm geht und sagt, Freund, leih mir drei Brote, denn einer meiner Freunde, der auf Reisen ist, ist zu mir gekommen und ich habe ihm nichts anzubieten, wird dann der Mann drinnen antworten, lass mich in Ruhe. Die Tür ist schon verschlossen und meine Kinder schlafen bei mir. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, wenn er schon nicht deswegen aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, so wird er doch wegen seiner Zudringlichkeit aufstehen und ihm geben, was er braucht. Darum sage ich euch, bittet und es wird euch gegeben. sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der empfängt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet werden. Oder welcher Vater unter euch, den der Sohn um einen Fisch bittet, gibt ihm statt eines Fisches eine Schlange oder einen Skorpion, wenn er um ein Ei bittet. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel, den Heiligen Geist, denen geben, die ihn bitten. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Wir singen Halleluja, Halleluja, Halleluja. Wir singen Halleluja, Halleluja, Halleluja. Liebe Gottesdienstgemeinde, liebe Schwestern und liebe Brüder, die alttestamentliche Lesung, die wir soeben gehört haben, lädt mich ein, auch so überschwänglich zu leben, wie Gott überschwänglich lebt in seiner Liebe. Gott ist so angetan vom Leben, dass es niemals vernichten möchte und kann. Charmant, lebenswürdig, offenherzig, ja fast würde ich meinen, so wie Kinder mit ihren Eltern leben, wenn sie unbedingt etwas erwünschen und ihr eigen nennen müssen, um dadurch leben zu können, sind auch wir zu Gott hin. Ich frage deswegen, wo sind die Abraminiten, die Frauen und Männer, die so leben wie Abraham, der einfach nicht anders kann, der immer wieder nachfragt, aber du wirst doch wohl nicht. Aber es könnte doch sein, aber schau, sollten wir nicht versuchen, dies einmal so zu betrachten. Ich denke, ganz notwendig brauchen wir heute in unserem Leben solche Persönlichkeiten als Männer und Frauen, wie es uns Abraham vorgelebt hat. Das ist das eine und damit muss ich schon aufhören. Das Evangelium, wisst ihr, das wäre jetzt natürlich eine schöne Sache, da noch weiter zu diskutieren, aber ich rede nur alleine. Nämlich, Gebet, Beten, Beten. Beten ist ein immenser Zeitverlust. Nutzlos, produktivlos. Und das ist eine immense Herausforderung für uns Menschen, heute zu beten, würde ich meinen. Was bringt es schon? Ich würde Jesus bitten, Herr, gib mir die Kraft, Wunder zu machen, Menschen zu heilen, sie gesund zu machen, Leib und Seele. Ich würde so viel Jesus bitten, aber würde ich Jesus tatsächlich bitten, Herr, lehre mich beten, wie wir es heute von Lukas gehört haben. Herr, lehre uns beten, wie sollen wir das tun? Liebe Schwestern und liebe Brüder, Ich denke, ein Christ, eine Christin, ohne Beten wird es nicht geben, so wie Martin Luther sagt, es einen lebendigen Menschen ohne Puls niemals geben wird. Und ein anderes würde ich auch noch meinen, sagen zu dürfen, Nämlich, das Gebet, das führt von uns weg. Wir stehen neben uns. Das Gebet führt uns in die Wirklichkeit Gottes hinein. Es macht uns zu einem hörenden Menschen. Und da haben wir vor allem die Fähigkeit, dass das Ohr des Herzens geöffnet wird. Und jetzt komme ich wieder zurück zum Alten Testament, um so zu sein wie Abraham. Du wirst doch wohl nicht, mein Herr und mein Gott. Lass dich überraschen. Das Gebet führt dich aber nicht nur von dir weg und hin zu Gott und öffnet dir nicht nur das Ohr des Herzens. Es schenkt dir eine Kraft. Denn Gebet ist die Freude. Und die Freude schenkt wiederum Kraft und eine unbändige Zuversicht. Durch das Gebet können wir nicht etwas wegbeten oder wegheilen. Gebet, liebe Schwestern und Brüder. Das ermöglicht, Gott, Gott sein zu lassen und nicht mich. Und das ist das Schöne. Der, der mich trägt, der, der mich umarmt, den trage ich in meiner Mitte, in meinem Herzen. Darum sage ich dir wieder, werde so eine Persönlichkeit wie Abraham und bitten wir immer, um diese Fähigkeit des Betens weggeführt zu werden von mir selbst und in der Wirklichkeit Gottes zu leben. Und ich meine auch, ist zwar etwas provokant, aber wie gesagt, provokant zu sein ist ja eine Eigenart von uns Menschen und mit der kann auch Gott ganz gut leben. Gebet, würde ich meinen, wird niemals die Welt ändern. Gebet aber ändert den Menschen. Und der Mensch, der ist es, der die Welt verändern kann. Gut. Wir sollen nicht sitzen bleiben, sondern bewegt in die Welt hineinzugehen als betende Menschen. So wollen wir nun, meine ich, aufstehen und das Glaubensbekenntnis mitsammeln beten. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen Eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Bonsius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitze zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Verstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. In den Fürbitten bringen wir unsere Anliegen und Sorgen mit Dank vor Gott. Fürbitten, die uns über www.nitbräuer.at oder über YouTube erreichen. Und so beten wir für eine junge Frau, die unter Depressionen und Angst leidet, sodass sie nicht mehr arbeiten kann. Wir beten um Heilung und Befreiung. Wir nehmen hier auch alle mit hinein, die unter Depressionen und vor allem unter Einsamkeit leiden. Jesus, komm du in ihr Leben, mit deinem Geist oder durch Menschen und bringe ihnen deine Liebe und dein Licht in ihr Leben. Wir beten für einen jungen Mann, der sich danach sehnt, Jesus und seinen Frieden zu finden, der unter zwanghaften Gedanken leidet. Wir beten um eine Begegnung mit Jesus. Wir beten um Befreiung von seinen Zwängen. Wir beten auch für alle Menschen, die unter schwierigen Beziehungen und Streit in ihrem Leben leiden. Wir beten um die versöhnende, vergebende, barmherzige Liebe Gottes in ihren Beziehungen. Wir beten mit Julia. Gestern vor sechs Jahren war der rassistische Anschlag im Olympia-Einkaufszentrum, wo neun junge Menschen getötet wurden. Sie will Gott bitten und wir bitten mit. Dass sowas nie wieder passiert und die Menschen, die so etwas machen, umdenken. Wir beten mit Hannah, die starke Schmerzen im Unterleib hat und morgen operiert werden muss. Jesus, befreit du sie von ihren Schmerzen, heile sie und sei bei ihr. Wir beten heute am Welttag der Großeltern für unsere Omas und Opas und wollen ihnen danken für ihr Tun und für ihr Dasein. Wir beten für Italien, Spanien, Portugal und alle Länder, die unter der extremen Hitze und extremen Trockenheit leiden. Herr, schenke ihnen erträgliche Temperaturen und schenke ihnen den lang ersehnten Regen. Wir beten auch für deine Anliegen und bitten, bringe sie jetzt in einer kurzen Zeit der Stille vor Gott. Wir beten auch heute wieder ganz besonders für die Menschen in der Ukraine. Wir beten um Schutz, Trost und Kraft. Wir beten für die Kinder, die Alten, die Kranken, die Einsamen und vor allem die Mütter und die Väter. Wir beten für alle Machthaber und Politiker weltweit um Weisheit und Besonnenheit. Zeig du ihnen einen Weg, diesen Krieg zu beenden. Mein Gebet ist eine Bitte für den Frieden in der Ukraine und in der ganzen Welt. Das alles bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Jetzt beginnt die Eucharistiefeier. Die Eucharistiefeier ist ganz ein besonderes Geschenk von Gott an uns, wo wir feiern, dass Jesus für uns gestorben, aber auch wieder auferstanden ist. Und es ist irgendwie sehr einfaches Geschehen und gleichzeitig ein sehr komplexes Geschehen. Und wir wollen Sonntag für Sonntag immer mehr in dieses Geheimnis eintauchen. Die folgenden Worte und Handlungen sind durchdrängt mit Worten, Taten aus der Urkirche und aus Bibelversen, sind gedrängt mit Bibelversen. Denn in Apostelgeschichte 2 heißt es, sie hielten an der Lehre der Apostel fest und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den Gebeten. Und Jesus spricht zu uns in Johannes 6, 51, Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben dieser Welt. Ich bin das lebendige Brot. Ich bin das lebendige Brot. Gütiger Gott, nimm die Gaben an, Brot und Wein, die wir von deiner Güte empfangen haben. Lass deine Kraft in ihnen wirken, damit sie in uns das Heilige erwecken und uns zu den ewigen Freuden führen. Das erbitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken, dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater, im Himmel zu danken und dich mit der ganzen Schöpfung zu loben. Denn in dir leben wir, in dir bewegen wir uns, und sind wir jeden Tag erfahren wir aufs Neue das Wirken deiner Güte. Schon in diesem Leben besitzen wir den Heiligen Geist, das Unterpfand ewiger Herrlichkeit. Durch ihn hast du Jesus auferweckt von den Toten und uns die sichere Hoffnung gegeben, dass sich an uns das österliche Geheimnis vollendet. Darum preisen wir dich mit allen Chören des Himmels und singen vereint mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit. Sancto, Sancto, Sanctus Dominos Deu Sabaon Du da nie begonnen, du da immer warst Ewig bist und wartest, sein wirst immer da Santos, Santos, Santos Dominos Santos, Santos, Santos Dominos Hosanna, Hosanna, Hosanna in der Hölle Hosanna, Hosanna, Hosanna Hosanna, Hosanna, Hosanna in der Hölle Hosanna, Hosanna, Hosanna Im namn desu Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich Sende deinen Geist über die Gaben Brot und Wein, erheilige sie damit sie uns werden, Leib und Blut, unseres Herrn Jesus Christus Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf nahm er das Brot in seine Hände, dankte Gott seinem Vater, brach das Brot gab es seinen Jüngern und sprach Nehmt und esset alle davon Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird Ebenso nahm er nach dem Mal den Kelch dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach Nehmt und trinket alle daraus Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut das für euch und für alle vergossen wird zur Vergiebung der Sünden tut dies zu meinem Gedächtnis Geheimnis des Glaubens Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Aufricht bis du kommst in Herrlichkeit Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Segens dar Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde vollende dein Volk in der Liebe vereint mit unserem Papst Franziskus unseren Erzbischof Franz Weihbischof Hans Schörg Bischöfe, Priester, Diakone, Ordenschristen Frauen und Männer, die du alle berufen hast das Wort zu verkünden und zu leben Gedenke auch alle unsere verstorbenen Schwestern und Brüder die entschlafen sind und nun in deiner ewigen Glückseligkeit leben Und wenn unser eigener Weg zu Ende geht dann ruf auch uns mit Namen damit wir dort sind, wo du bist, mein Herr und mein Gott So wollen wir dich loben mit Maria, der Mutter unseres Herrn mit den heiligen Rupert und Virgil der heiligen Ehren Trudis und mit allen dich preisen durch deinen Sohn Jesus, der der Christus ist Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit Herr, lehre uns beten Vater, unser im Himmel Geheiligt werde dein Name Dein Reich komme Dein Wille geschehe Wie im Himmel so auf Erden Unser tägliches Brot gib uns heute Und vergib uns unsere Schuld Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern Und führe uns nicht in Versuchung Sondern erlöse uns von dem Bösen Denn dein ist das Reich Und die Kraft und die Herrlichkeit In Ewigkeit Amen Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt Frieden hinterlasse ich euch Und meinen Frieden gebe ich euch Deshalb beten wir Herr Jesus Christus Blicke nicht auf unser Versagen Sondern schau auf den Glauben deiner Kirche Und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden Der Friede des auferstandenen Herren Sehe alle Zeit mit euch So wünscht einander diesen Frieden Lamm Gottes Lamm Gottes Lamm Gottes Lamm Gottes Seht das Lamm Gottes Es nimmt hinweg alle Schuld der Welt Herr, ich bin nicht würdig Dass du eingehst unter mein Dach Aber sprich nur ein Wort So wird meine Seele gesund Jesus Wir wollen dir danken Dass du dich so klein gemacht hast Dass jeder von uns Dir nahe kommen kann Dass jeder von uns bei dir sein kann Ich möchte dir danken, Herr Dass wir dich jetzt empfangen dürfen Und wenn du jetzt zu Hause bist Und den Herrn nicht Und wenn du dich in seiner Gestalt Im Brot heute empfangen darfst Dann möchte ich dich einfach einladen Jetzt mit mir mitzubeten Herr, ich möchte dich bitten, dass du in mein Herz hineinkommst Ich möchte dich bitten, Herr, dass du in meine Einsamkeit Und dass du in mein Alleinsein In meine Krankheit hineinkommst Und dass du das auffüllst Was kein Mensch auffüllen kann Möchte dich bitten, Herr, dass ich dir dort jetzt drinnen begegnen darf In deinem Leib Auf geistige Art und Weise Komm, Herr, und zeig mir, dass du da bist Umhülle mich mit deiner Gegenwart Ich bitte dich, Jesus, dass du jetzt in jeden Raum kommst Wo ein Mensch sitzt Und auf dich wartet Und auf dich hofft Und dass du ihm Eine Berührung von dir schenkst Jesus, ich möchte dir danken Du bist mein Herr, mein Gott Und du bist mein Vater Und du bist der, der für mich sorgt Und du bist der, der seine Hand um mich legt Der mich anschaut, der mir zulächelt Danke, Jesus Dass du ein Gott bist Dem es nicht egal ist, wie es mir geht Sondern der da ist für mich Und der da ist für jeden Menschen Amen The moon and stars to webb The morning sun was dead The saviour of the world was fallen His body on the ground His body on the ground His blood brought for us The weight of every curse upon him One final breath he gave As heaven looked away As heaven looked away The Son of God was laid in darkness The battle in the grave The war on death was swayed The war on death was swayed His perfect love could not be overcome His perfect love could not be overcome Forever he is lifted high Forever he is risen He is alive Jesus, du lebst Du lebst, Jesus Ich möchte dir danken, ja, dass du Ich möchte dir danken, Jesus, dass du Ich möchte dir danken, Jesus, dass du ein Gott bist Der lebt, der nicht tot ist Und der uns immer wieder neu mit Leben auffüllt Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du Dass du unsere Tanks, die so leer sind, dass du sie auffüllst Ich möchte dich bitten, Herr, dass du in unsere Lehre hineinkommst In diese Lehre, die so unerträglich manchmal ist Wo der Sinn verloren geht von allem Bitte, Herr, sei du der Sinn da drin Ich möchte dich bitten, Herr, dass du Dass du mir dieses Gefühl schenkst, wieder Heimat zu haben Dass ich bei dir ein Zuhause finden darf Sei du mein Zuhause Lass mich spüren, dass du mein Vater bist Bei dem ich einfach zu Hause bin Erhol mich aus meiner Verlassenheit heraus Aus dem, wo Menschen mich im Stich gelassen haben Wo ich irgendwie übrig geblieben bin oder wo ich zurück geblieben bin Wo ich verlassen wurde Wo ich verlassen wurde Gewollt oder ungewollt Sei du derjenige, der dann zu mir kommt und sagt Du gehörst zu mir Ich bin bei dir Und hilf mir, Jesus, aus dieser Beziehungslosigkeit herauszukommen Aus dieser Distanz Aus dieser Emotionalen Wo ich mit mir selber nicht verbunden bin Oder wo ich mit anderen Menschen mit dir nicht verbunden bin Schenk, dass dort wieder eine Beziehung da ist Dass dort wieder eine Bindung aufgebaut wird Dass ich mich selber finde Dass ich andere Menschen finde Dass andere Menschen auch mich finden Und Herr, bitte, bitte umarme mich In meinen Einsamkeiten In diesen Momenten, wo ich dich am meisten brauche Und lass mich nicht verzagen Sondern selber auch aktiv werden Gib mir diesen Anstupser Der sagt, komm Komm, steh auf Und bleib nicht in dieser Traurigkeit drinnen Sondern steh auf Ich zeig dir, was du tun sollst Zeig mir, dass Jesus Dass du immer wieder mit mir aufstehst Und dass du immer wieder mit mir auferstehst Jesus Amen. He is risen, he is alive, he is alive, forever he is glorified, forever he is lifted high, forever he is risen, he is alive, he is alive. Lasst uns bieten. Herr unser Gott, wir haben in froher Dankbarkeit und als Betende das Gedächtnis des Leidens Christi gefeiert und das heilige Sakrament empfangen, was uns dein Sohn in unergründlicher Liebe geschenkt hat, das werde uns zum ewigen Heil. Das erbitten wir durch Christus, unseren Herrn Gott in alle Ewigkeit. Den Großeltern noch einen schönen Festtag, euch auch einen Segen noch. Ich frage mich immer, wie wäre eigentlich ich als Opa gewesen? Keine Ahnung. Gut, also jetzt wünsche ich euch dann noch einen heißen, heißen, heißen Nachmittag und vielleicht habt ihr die Möglichkeit, so wie ich, jetzt zum See zu fahren und das Leben einfach nur zu genießen. Ja, das ist was Herrliches. Also der Herr sei mit euch. Es segne, behüte und begleite uns alle, der reinige Gott, der Vater, der Sohn und der heilige Geist. Geht's hin in Frieden. Danke, lieber Ernst. Danke euch. Das war der 268. Sunday Morning. So eine Freude, dass wir den gemeinsam gefeiert haben. Nächste Woche geht es weiter mit dem 269. Sunday Morning. Das Thema wird sein Entmutigung, also vierter Teil unserer Serie. Die Berner wird darüber sprechen. Und liebe Biene, danke dir auch nochmal für diesen starken Input, die wir sehr, sehr viel mitnehmen können. Und ich merke immer, wenn wir auch über diese Themen reden, da springt mein Herz total an. Und meine Sehnsucht ist es, dass wir echt eine Kirche sind, wo es keine einsamen Menschen gibt, sage ich mal, die so einsam sind, dass sie sehr darunter leiden. Und wenn du denkst, wow, ja, das ist ein ziemlich hoher Anspruch, ja, ist es. Aber wir können es gemeinsam schaffen, indem wir gemeinsam auch aufeinander achten. Und wir haben ein System der Kleingruppen. Das heißt, ich weiß, am Sonntag geht oft immer irgendwie was drunter und drüber und nicht jeder kann wahrgenommen werden. Das ist einfach so in einer großen Gruppe. Und deshalb lieben wir auch Kleinerkirche unter der Woche und treffen uns alle zwei Wochen in Kleingruppen. Wenn du noch nicht in so einer Gruppe bist, schreib mir ein E-Mail. Wir versuchen, dass du einen Platz findest, beziehungsweise hat gerade die Welcome Group gestartet. Auch dort kannst du mitmachen. Es ist sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig. So geht niemand irgendwie drunter oder verloren. Also es ist mir ein ganzer Herzensanliegen. Und wenn du unter großer Einsamkeit leidest, bitte schreib mir ein E-Mail. Wir können auf jeden Fall was dagegen tun. Genau. So wünsche ich euch einen schönen Sonntagnachmittag. Genießt das Leben, so wie der Ernst es gesagt hat. Und wir sehen uns nächsten Sonntag. Du spannst den Himmel aus wie ein Zell, triffst dich in Licht wie ein Kleid. Berge schmelzen, wie wachst vor dem Herrn, vor dem Andes des Herrschers aller Welt. Du spannst den Himmel aus wie ein Zell, triffst dich in Licht wie ein Kleid. Wir stehen vor deinem Thron, verkündet den Himmel aus wie ein Kleid. Wir stehen vor deinem Thron, verkünden laut den Lohn. Denn du bist unser Gott, denn du bist unser Gott, der König der ganzen Welt. Lob den Himmel aus wie ein Zeug. Lob den Engel, lobt den Menschen, lobt den Sternen, Sonne und Mond. Lob seinen Namen, den Namen des Herrn. Lob den Engel, lobt den Menschen, lobt den Sternen, Sonne und Mond. Lob seinen Namen, den Namen des Herrn. Alles was atmet, rober den hern singet im Herrn Den hern und oj, es glied alles was atmet Robber den hern Halleluja, Halleluja Alles was atmet, rober den hern singet im Herrn Den hern und oj, es glied alles was atmet Robber den hern Halleluja, Halleluja Halleluja, Halleluja Halleluja, Halleluja, Halleluja Untertitelung des ZDF, 2020